Hi und herzlich willkommen. Ich habe einen Militärtyp gebaut, vor vier Monaten habe ich damit angefangen. Meine Tochter hat sowas bei jemandem gesehen und wollte so ein Ding selber nachgebaut haben. Ich habe mir gedacht, ich ändere das Ganze noch ein bisschen ab. Ich habe das ganze Ding breiter, größer gebaut. So hat das ganze Platz für zwei Kinder. Zu dem Material selber. Ich habe mir einen KitKit Car gekauft und zwar ein günstiges aus dem Internet. Und so konnte ich dann die Antriebe sowie die Lenkung von dem KitKar übernehmen. Alles andere habe ich selber konstruiert sowie auch selber zusammengebaut. Die Lampen selber sind eigentlich Fahrradlampen, sind aber nicht mit Funktion, wird aber eventuell noch kommen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Zu der Farbe selber habe ich mich entschieden RAL 7006. Es kommt dem Militärgrün ziemlich nah. Die Räder selber haben wir von unserer alten KitKar benutzt. Unsere alte KitKar war kaputt gewesen und es war einfach zu schade sie einfach wegzuschmeißen. Bei dem Kabelbaum selber. Es gibt einmal einen Schalter, einmal einen Ausschalter sowie einen Vorwärts- und Rückwärtsschalter. Zusätzlich haben wir nochmal eine Hupe mit eingebaut und nochmal zwei kleinere Lautsprecher. Wichtig war uns natürlich auch, dass das Ganze abgesichert ist und wir haben das mit einer 10 mAh Sicherung abgesichert. Wichtig war uns natürlich auch, dass das Ganze mit einer 10 mAh ist, dass das Ganze mit einer 10 mAh ist und wir haben das mit einer 10 mAh ist und wir haben das mit einer 10 mAh ist und wir haben das mit einer 10 mAh ist. Wichtig war uns natürlich auch, dass das Ganze mit einer 10 mAh ist und wir haben das mit einer 10 mAh ist. Wichtig war uns natürlich auch, dass das Ganze mit einer 10 mAh ist und wir haben das mit einer 10 mAh ist. Wichtig war uns natürlich auch, dass das Ganze mit einer 10 mAh ist und wir haben das mit einer 10 mAh ist. Wichtig war uns natürlich auch, dass das Ganze mit einer 10 mAh ist und wir haben das mit einer 10 mAh ist und wir haben das mit einer 10 mAh ist. Wichtig war uns natürlich auch, dass das Ganze mit einer 10 mAh ist und wir haben das mit einer 10 mAh ist und wir haben das mit einer 10 mAh ist und wir haben das mit einer 10 mAh ist. Wichtig war uns natürlich auch, dass das Ganze mit einer 10 mAh ist und wir haben das mit einer 10 mAh ist und wir haben das mit einer 10 mAh ist und wir haben das mit einer 10 mAh ist. Wichtig war uns natürlich auch, dass das mit einer 10 mAh ist und wir haben das mit einer 10 mAh ist und wir haben das mit einer 10 mAh ist.